Falschgelddezernat, Loder. Ja? Aha. Ja, danke. So, jetzt kann's losgehen. Oberinspektor Karst hat gerade angerufen. Unser Mann ist soeben nach Hause gekommen. Dann soll ich also jetzt... Langsam, langsam. Lassen wir ihn doch erstmal den Hut absetzen. Ja, mein Gott, wie heiß ich denn eigentlich? Marion May. Marion May, natürlich. Ja, aber seien Sie vorsichtig. Wir wissen ja nicht, wie die beiden miteinander gestanden haben. Ob per Sie oder per Du oder mit Vornamen oder Nachnamen. Sie müssen da so ein bisschen lavieren. Keine Angst, ich krieg das schon hin. Ja, gut. Also. So. Aber was ist denn, wenn der Mann nun schon weiß, dass das Mädchen tot ist? Tja, das müssen wir eben riskieren. Und wenn er die Nachricht nun doch schon erhalten hat? Dann wird er sich vielleicht verraten. Hoffentlich. Also. Hallo? Ist dort 231437? Ja, wer ist da? Ich habe eine Nachricht für Sie. Marion, sind Sie das? Ja. Dammt doch mal. Was ist denn los? Ich warte schon seit gestern auf Ihren Anruf. Es ist leider etwas dazwischen gekommen. Es war nicht meine Schuld. Telefonieren werden Sie wohl noch können. Moment, ich hole nur Papier und Bleistift. Also, schieß los. 19, 22, 6. 7, 22, 13. 26, 24, 19. 7. 19, 7. Ist das alles? Ja, das ist alles. Wiederhören. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja ganz gut gegangen. Das haben Sie fabelhaft gemacht. Danke. Großartig. Hallo Zentrale? Bitte sofort Wagen 32.